alle leute was geht ab herzlich willkommen bei for honor wir spielen heute herrschaft 4 gegen 4 eigentlich aber das gegnerische team hat einen bot dabei was macht ja nix dafür ist ein auch schon level 11 und dann level 8 schauen wir einfach mal wieder serviert wir müssen 1000 punkte erreichen das ist die karte abc gibt es gibt zum einnehmen zwei teams mit je vier spielern erhalten punkte für das töten von feinden und die kontrolle von zielen wenn ein team ja 1000 punkte erreicht dann hat es gewonnen so zu wenn ich mal sagen geht's los natürlich rennen wir zuerst zu aber das ist das nächste warum rennen die sagen nicht so schnell aber natürlich eingenommen jetzt von uns gibt es mal punkte besen kämpft da kommt schon wer ich gehe jetzt einmal ja shit der bringt mich jetzt um bringt er mich um bringt er mich um ja der bringt ich mich um so kann mein kopf ist weg war aber war ziemlich knapp möchte ich sagen war ziemlich knapp warum kann ich jetzt nicht gleich rein spawnen warum geht das nicht warum geht das nicht ich hab so ich will kann zu schauen so da liegt einer boden von mir okay das jetzt tot gehen wir mal zur zone b hin aber mal zur zone b einfach mal paar gegner metzeln ich hab keine ahnung was was heroisch heißt ja waren das nicht zwei sogar gegen zwei habe ich kennen aber ich kann keine chance gegen zwei habe ich einfach keine chance was ist so da kommt schon wieder einer versucht da art einzunehmen versucht einzunehmen kann ich die auch irgendwie so umbringen dass sie nicht mehr wiederbelebt werden ok doch nicht so b warum haben wir b eigentlich nie ach der meet da mal durch komm her wer hat der mich jetzt umgebracht ich habe doch noch volles leben gehabt oder ich habe keine ahnung start mal wieder von hinten oder b verloren warum verlieren wir dauernd b warum verlieren wir dauernd b ich brauche die zweite luft das ist runter oder aber ich kann so nicht einsetzen wir haben sogar zone a verloren leute einer muss rauf gehen die schaffe ich aber dich nicht das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht und jetzt liegen wir sogar hinten jetzt liegen wir sogar hinten c und b ok komm schon aber a ist unsere basis sag ich mal die müssen wir behalten Kommt Bahne, Zone auch wieder Wobot, sehr gut. Was hab ich denn da jetzt aufgenommen? Jetzt liegen wir wieder vorne. Noch 3 bis zum Sieg, was heißt da noch 3 bis zum Sieg? Sieg, jawohl. Hey, ich bin sogar der Zweite. Ich war gar nicht so schlecht. Ich war wirklich gar nicht so schlecht. Sehr gut. Level 5 erreicht. Oder war ich schon vor Level 5? Ich hab keine Ahnung. Leute, das war's mal für heute. War finde ich ein geiles Multiplayer-Match. Wenn's euch gefallen hat, ihr wisst, daumen nach oben, abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und tschüss, bis dann.